hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich auf die nach dem ticket und heute habe ich das spiel war die fans die stadt das spiel von mit rein obwohl bei dieses bild bringt das vorbild auch nicht so viel aber eher von mit rein und dann warte mal eine minute oder ein paar sekunden da ist es schon so quest 14 stück habe ich fertig oder ist das 14 neue quest 14 neue quest eine quest video ansehen das mache ich jetzt nicht erreiche einheit fusion rang 3 im kampf erreiche drei einheiten fusion rang 2 oder höher auf einem feld im pvp modus gewinne ein pvp modus ok also wir müssen pvp spielen aber hier noch nachrichten noch drei nachrichten ok was haben wir da noch ach hier muss doch das ganze geld abholen sammeln das mache ich einfach mal jetzt nicht wenn ich zeit habe da ist noch was ein geschenk so gut das war es hier vorher noch was das video also lila heißt immer video dann mache ich mal pvp ich muss einmal gewinnen jetzt habe ich schon frost magier schneller 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 noch ein frostmagier nein ich brauche nicht so viel frostmagier das sieht schlecht aus für mich das habe ich verloren ok jetzt finden wir noch 2 Siege gut dann schauen wir noch mal durch 1 und 2 2 Siege wird schwer 1 2 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 15 15 6 10 15 16 15 15 15 16 17 16 16 16 15 Die machen am wenigsten Schaden, bitte Magier. Und noch ein Sieg. 3 4 5 7 8 9 11 13 15 15 Ah, Frostmager, nein! Das verliere ich. Zweite Frostmager, das gibt's doch nicht. Ich brauche noch ein Sieg. Hm, Frostmager. Ich glaube, ich nehme den gleich raus. Und der ist gut für die Schnellen jetzt, für diese hier, weil dann werden sie ja langsamer. Aber dann macht's so wenig Schaden. Hm, das sieht gut für mich aus. Sieht sehr gut aus. Ah, nicht mehr. Ah, jetzt wieder gut. Okay. Damit habe ich meine Dailies für heute schon fertig. Das noch einsammeln. Dass wir jetzt nur noch ein Video anschauen, dann wäre meine Dailies für heute fertig. Cool. Ähm, dann... Was haben wir hier? Arena. Der Clan, in dem ich drinne bin? Ich bin ganz unten, oder? Nee. Ich bin in kein Clan mehr, oder? Jo, da haben die mich rausgeschmissen. Warum haben die mich rausgeschmissen? Ich bin zu selten online. Ich bin ja hier. Okay. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich habe hier 4, 3, 4, 6, 6. Und das ist mein Stärker. 3, 4, 5 habe ich noch nichts gemacht. Nur 1 und der macht Schaden. 4, 5, 6. 5, 6. Die nehme ich auch mal weg. Ich suche mir jetzt hier nur Leute, die Schaden machen. Der, der, die beiden und den muss ich dann noch wegnehmen. Hm. Hm. 27, 38, 50. 18. Oh, 36. Der war 38. Also der ist besser. 32. 25. Der ist nicht dabei. Gut. 138. 109. 109, 129, 184, 50, ok. Ah, der habe ich schon nachgeschaut, den hier, 117, den haben wir, 120 haben wir auch, also das sind meine stärksten. Gut, dann werden wir damit jetzt einmal eine Kooperation spielen, den Korb. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war ja schon 10 Minuten. Schauen wir mal. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.